hallo liebe freunde der zahltag strategie da bin ich wieder nils gaiovi ja ich habe viele viele glückwünsche erhalten zu der performance meines vergangenen jahres ich habe auf meiner webseite geschrieben dass mein portfolio 60 prozent zugelegt hat im vergangenen jahr und daraufhin gab es dann die eine oder andere mail wo man mir gratuliert hat nun ich bedanke mich natürlich dafür aber ich möchte trotzdem eines klarstellen kursgewinne sind kein verdienst von anlegern kursgewinne sind dinge die wir gar nicht beeinflussen können es gibt ja das schöne sprichwort von dem amerikanischen philosophen und theologen reinhold niebuhr der einmal gesagt hat gott gibt mir die gelassenheit dinge hinzunehmen die ich nicht ändern kann den mut dinge zu ändern die ich ändern kann und die weisheit das eine vom anderen zu unterscheiden ich glaube die meisten börsianer machen den fehler sie konzentrieren sich auf dinge die sie gar nicht beeinflussen können nämlich die kurse wenn sie einmal eine aktie gekauft haben dann ist natürlich klar dass die kursbewegungen jetzt nicht mehr in ihrer macht liegen denn sie hängen jetzt sozusagen am tropf der anderen marktteilnehmer wer kauft nach mir die berühmte frage der marktechniker börsenkurse sind nicht kontrollierbar sagen wir es mal ganz klar kontrollieren können wir nur die fundamental daten als investor kann ich nur schauen welche aktie ist fundamental billig das bedeutet aber nicht dass ich ein unternehmen kaufe und danach geht der kurs durch die decke in meinem depot gibt es etliche beispiele wo genau das gegenteil passiert ist jetzt kann ich mich darüber natürlich wahnsinnig echauffieren oder ich kann traurig sein oder ich kann mich auch darüber freuen dass andere aktien sich im kurs verdoppeln das liegt aber alles nicht in meiner macht das ist alles nicht mein verdienst börsenkurse bewegen sich zwar in trends aber nicht an jedem einzelnen tag man nennt das stochastik stochastik bedeutet dass sich aus einer summe zufälliger einzelereignisse wie es nun mal jede einzelne kursfeststellung an der börse ist ein trend ergibt ein gesamtergebnis ergibt das ist keine eigenheit der börse sondern es gibt verschiedene wissenschaften die genau nach dem gleichen prinzip funktionieren demoskopin sagen voraus wie viel prozent einer bestimmten bevölkerungsgruppe für eine bestimmte partei stimmen aber sie können nie sagen wie herr meyer oder frau schulze abstimmen werden die meteorologie beispielsweise kann wetter trends voraussagen dass es dann und dann dort und dort wahrscheinlich regnen wird sie kann aber nie voraussagen wo genau zu welcher uhrzeit der erste regentropfen fallen wird oder nehmen wir die spieltheorie man weiß genau dass man beim roulette beim 17 und 4 oder bei anderen glücksspielen statistisch gesehen einen bestimmten nachteil hat oder einen vorteil wenn man die bank ist mehr kann man nicht voraussagen man kann niemals voraussagen wohin die nächste roulette kugel rollen wird oder was beim würfeln die nächste zahl ergibt das sind zufällige einzel ergebnisse insofern sollten wir uns darauf konzentrieren was wir tatsächlich kontrollieren können und das ist das einkommen in meinem konto und wenn mir jemand gratulieren will dann vielleicht dazu dass das einkommen im vergangenen jahr um 5,6 prozent gestiegen ist aus meinen dividenden und fürs jahr 2017 kann ich heute schon sagen es wird wahrscheinlich wieder um mehr als zehn prozent zu legen was ganz einfach daran liegt dass ich zum jahresanfang meinen kontostand noch mal um zehn prozent aufstocken konnte halten wir es also mit eisag newton der seiner zeit gesagt hat ich kann zwar die bahn der gestirne auf zentimeter und sekunde berechnen aber nicht wohin eine verrückte menge einen börsenkurs treiben kann der mann muss es wissen der war zweimal pleite an der börse ich hoffe dass uns das nicht passiert in diesem sinne alles gute ihr nils gaiovi